Norden von N54, live aus Japantown, wo während der heutigen Gedenkparade zu Ehren Saburo Arasakas eine Panik ausgebrochen ist. Die Fahrzeugen sprechen von einer Schießerei auf einem der Festwagen. Der Wagen soll angeblich der sein, auf dem sich auch Kanaku Arasaka befasst. Warum sollte diese Zeit keine Weile für dich vermassen? Die Fahrzeugen sprechen von einer Schießerei. Die Fahrzeugen sprechen von einer Schießerei. Die Fahrzeugen sprechen von einer Schießerei. Ich habe ihr Tee abgeboten. Du... Bist du verrückt? Warte! Ich war dort, in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Tja, ich bin fest entschlossen und habe nichts zu verlieren. Euer Relic-Prototyp steckt in meinem Schädel fest. Durch einen blöden Zufall hat er eine Kugel für mich abgefangen. Und jetzt bringt er mich langsam, aber sicher um. Eins eurer Persönlichkeits-Engramme überschreibt meine Psyche. Und wenn ich es nicht aufhalte, dann... Naja, es wird nicht gut für mich enden. Hana-Kosama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes seiner Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihm mit dem Relic zu helfen. Hana-Kosama... Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ich habe nur sie gefunden. Scheiße! Auf dem Boden, Arschloch! Nicht für mich! Letzte Chance von hier zu verschwinden! Takemura, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Halt dich bedeckt! Augen auf! Die sind im Flur! Hallo! Geh nach! Los, los, los! Einheit, fall los! Einheit, fall los! Vorsicht, Schumann! Was soll... Was soll... Es ist nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt! Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist in fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft! Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ganz genau. Nur zwei Scheiß-Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheiß-Tür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur einer? Finger am Abzug, wie... Bloß kein Wort. Ich hab eine Nachricht für V. Fass die Tür nicht an. Wer ist da? Ich sagte, wer ist da? Willst du, dass es jeder im Hotel hört, oder lässt du mich rein? Ich bin bewaffnet. Mach ja nichts Dummes. Endlich. Das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen. Ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako, bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Schade, dass du mir nicht früher geglaubt hast. Dann wäre Goro vielleicht noch am Leben. Wenn du ihn schon erwähnst, denk daran, dass er alles getan hat, damit wir reden können. Das erfordert Respekt. Sicher. Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wären echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi. Das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten. Also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich konnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Die Cunningham? Genau die. Die Erfinderin des Soulkillers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Engram wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne. Und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentationen. Alles nützlich. Besonders weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Treffen wir uns persönlich. Im Ambers. Im Stadtzentrum. Das ist diskret. Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaub, mir wär ne Horde Sarka-Schläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat dich doch nicht etwa erweicht? Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Doch gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, ein Irrenbruder und ein Scheißdieb. Genau deshalb hat sie ein Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm. Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt. Was denn? Noch ein paar dreckige Wörter über die Porzellanschlampe? Fuck! Scheiße. Achtung. Fuck. Oh! Johnny! Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Johnny! Was du riecht, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Piste Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit. Ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Okay, ich glaube dir. Danke. Danke. Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Ja, würde ich. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich hab über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werd dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, geb ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Ich würd das auch für dich tun. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Ich tue alles, um zu überleben. Auch wenn ich mir dafür die Hände schmutzig mache. Okay, mach, was du für richtig hältst. Du hast das Sagen. Ich hab nur eine Bitte an dich. Und zwar? Adam Smasher. Der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt und alle Winde verstreut. Okay. Verstanden. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Rogue ist nicht gerade der sentimentale Typ. Hm. Sie ist ziemlich verbittert. Ich weiß. Hat das lange nicht mehr gemacht. Aber ich werd sie schon überzeugen. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werd einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge. Das wird easy. Okay. Ich mach's. Für dich. Weiß ich zu schätzen. Danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühl mich besser. Gehen wir. Ich fühl immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Du ich dir, der geht nicht weg. Hotel Piste Sophia? Hieß es so? Mhm. Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Ich bin jetzt.